Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben den Freitag, den 19.01.2018. Ihr hört Geek Talk Daily 292. Und ich habe heute die folgenden Themen für euch mitgebracht. Zum einen Lulu, Apple investiert, Zwei-Wege-Faktor-Authentifizierung, Fuchsia OS, Huawei, Instagram, WhatsApp Business, Office für Mac 16 und Nintendo Labo. Beginnen wir doch gleich beim Lulu. Lulu ist eine neue Mac OS Firewall, die kostenlos zum Download angeboten wird. Open-Source-mässig ist das Ganze unterwegs und der Entwickler lässt sich über Patreon finanzieren. Wer das Ganze also unterstützen möchte, kann ihm da ein bisschen was zugute kommen lassen. Das Ganze befindet sich gleich vorneweg noch in der Alpha-Version und muss, ich würde nicht sagen kompliziert, aber halt übers Terminal installiert werden, nachdem ihr gewisse Details von GitHub runtergeladen habt. Alles in allem in einem kleinen Beitrag bei uns in den daily.geektalk.ca Show Notes verlinkt, wenn ihr das mal ausprobieren möchtet. Da steht es drin, wie das funktioniert. Schaut alles noch sehr rudimentär aus, wie halt bei Open-Source-Software so üblich. Auf jeden Fall ist es spannend, dass da hoffentlich wieder ein bisschen Bewegung in den Markt kommt, denn ja, Little Snitch ist ja so der Quasi-Standard in dem Bereich auf dem Mac. Irgendwie, würde ich doch behaupten. Ja, Apple will 350 Milliarden, ja, Mr. Trump, Sie haben richtig verstanden, nicht 350 Millionen, wie Sie gemeint haben, 350 Milliarden US-Dollar in die Wirtschaft der Vereinigten Amerikanischen Staaten investieren und das über die nächsten fünf Jahre. Wie Sie das genau tun, ist unterschiedlich. Zum einen lokales Business fördern, zum einen natürlich Gelder, die im Ausland gebunkert sind und das sind nicht wenig, irgendwie 93, irgendwas Prozent, zurückholen und dann zu Hause versteuern, über 20.000 neue Arbeitsstellen schaffen, neue Campus einrichten, Support-Center, neue Daten-Center, Ausbildungen und Studien mitfinanzieren und unterstützen und, 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 und. Also ein richtig großes Paket. Wenn Apple sowas jetzt schon auspackt und nicht erst in zwei Wochen, wenn Sie eigentlich die ganzen Quartalszahlen vorlesen in Telefonkonferenz, mal schauen, was da wohl für Resultate rausgekommen sind, wie viele iPhone Xs da wohl verkauft worden sind. Ich glaube, denen geht es sicherlich nicht schlecht. Gehen wir weiter zu Google und da geht es einigen schlecht, denn, ja, Google hat sowas Schönes, das nennt sich Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, wenn ihr euch anmeldet, nicht nur Passwort und Benutzername eingeben, sondern ihr bekommt noch entweder eine Push-Notification oder eine SMS zugeschickt mit einem zusätzlichen Code, den ihr dann eingeben müsst, der einmalig ist und dann auf, ja, den Zeitpunkt für euch extra konfiguriert wurde. Sehr, sehr traulig, liebe Google-Nutzer, denn 90% der Nutzer nutzen das nicht mal. Mein Gott, Leute, ihr gebt das so, 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 ja, private Daten in dieses Google-Zeugs ein und dann schützt ihr die nicht mal richtig. Bitteschön, macht mehr Backups und vor allem macht mehr Zwei-Wege-Authentifizierung. Das kann es ja nicht sein. Mensch, ihr, liebe Geek-Talk-Daily-Hörer, seid natürlich nicht gemeint, denn ihr macht das natürlich, bin ich mir ganz sicher. Fuxia OS, wir bleiben bei Google, die, ja, das von dem Betriebssystem weiß man noch nicht ganz so genau, wo der Weg hingehen soll. Desktop-Betriebssystem, Smartphone oder Tablet oder alles ein bisschen zusammen. Jetzt sind durch den findigen Entwickler, der es geschafft hat, das Ganze auf dem Chromebook zu installieren, ein paar Screenshots rausgeflogen und dabei schaut es ganz so aus, als wäre es eben so ein Hybrid-OS, was auf allen Geräten funktioniert und wo der Google-Feed, heisst das Teil Google-Feed, der Google-Feed im Mittelpunkt steht. Natürlich alles schön im Material-Design, schaut interessant aus und darauf freue ich mich auszuprobieren. Da bin ich echt gespannt, was sie da zusammenbasteln. Mehrere Smartphone-Hersteller haben es in den letzten Jahren geschafft, sich dem Google-Android-Messages-Dienst anzuschliessen, sprich die Messaging-App, die SMSen, kennt ihr das noch von früher, empfangen? und eben das neue RCS-Format, das ist der Ablöser vom SMS eigentlich und die App quasi durch die eigene, die sie irgendwie verbrochen haben, zu ersetzen, um ein einheitliches Messaging-Vergnügen zustande zu bekommen. Und da ist jetzt, und jetzt bin ich wieder beim Thema, auch Huawei endlich aufgesprungen und wird bei zukünftigen Installationen und ich hoffentlich auch rückwirkend mit Updates für ihre alten Geräte ihre eigene Nachrichten-App durch eben die Android-Messages ersetzen. Ein Hoch darauf. Es geht weiter mit Instagram. Ihr kennt das sicherlich von Facebook, von, wo ist das mittlerweile drin, WhatsApp und überall diese Dienste gibt's, wo ihr sehen könnt, wann war euer Gegenüber das letzte Mal online. Wer kennt das nicht? Du warst gestern nicht mehr online? Doch. Aber du hast mein Bild nicht geliked. Nee, Quatsch. Ja, solche Szenen können sich abspielen und das könnte in Zukunft auch bei Instagram passieren. Denn Instagram gibt die Zitaten raus, wann die Person, denen ihr folgt und sowieso Menschen um euch herum, das letzte Mal online in diesem Instagram war. Wenn ihr das nicht haben möchtet, in Instagram in den Einstellungen nach unten scrollen, bis ziemlich weit unten vor der Hilfe Part kommt, ist Aktivitätsstatus anzeigen. Und das einfach deaktivieren. Denn Instagram, so nett wie sie sind, haben das per Default natürlich aktiviert. Es war lange ein Gerücht, dass ein zweiter WhatsApp-Messenger auf den Markt kommen will und zwar einen für den Business-Bereich, also für die ganzen Firmenkunden etc., die da einfacher mit ihren Kunden interagieren können. Viele Firmen nutzen ja schon, oder einige Firmen nutzen ja schon die Möglichkeit, über WhatsApp bereichbar zu sein. Und das geht darüber jetzt noch einfacher. Ihr habt zum einen Unternehmensprofil, ihr habt gewisse Antworten, die schon vordefiniert sind bei Standardfragen, ihr habt Statistiken und alles Mögliche mit drin. Gestartet ab sofort in Indonesien, Italien, Mexiko, Großbritannien und den Staaten und ab der nächsten Woche dann auch weltweit. Wenn es einen Firmenmitarbeiter hier in der Hörerschaft gibt, gerne mal melden. Ich würde mal gerne wissen, wie das Teil ausschaut und vor allem, wie es funktioniert, ob es funktioniert und wie es angenommen wird von den Kunden. Würde mich Wunder nehmen. Dann gab es ein grösseres Update für Office für den Mac, und zwar das in Folge der Nummer 16. Und da kam was dazu, oder ist was dazu gekommen, worauf ich mich sehr freue, nämlich eine richtige Real-Time-Team-Bearbeitungsfunktion mit Versionierung und allem drum und dran. Da bin ich schon echt gespannt. Wir machen ja, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, im www.geektalk.de, unserem wöchentlichen News-Format, die ganzen Shownotes, Vorbereitungen über eben Word Online. Und wenn das Ganze jetzt dann auch noch in der App so funktioniert, mit Echtzeit etc., ich hege Hoffnung, dass das Ganze schön wird. Ist ja schon, aber noch schöner. Vielleicht in Bund oder so. Dann zu guter Letzt noch ein kleines Spiele-News. Und zwar, das muss ja einfach sein. Nintendo hat mit der Nintendo Switch etwas Neues vorgestellt, und zwar die Nintendo Labo. Etwas, was ihr euch mit Karton zusammenbastelt, dann mit eurer Nintendo Switch verbindet, sei es mit dem Display, aber auch mit den Kontrollen, und dann damit spielt. Wie eine Angelschnur, wie ein Klavier, oder ein Töff, oder weiss ich nicht was alles. Ganz, ganz coole Geschichte. Wenn ich mir das Video so anschaue, wenn das Ganze nur halb so gut funktioniert, wie das in dem Video gezeigt wird, wird das ein echter Renner, und ich glaube, die Switch wird sich verkaufen ohne Ende in den nächsten Wochen, Monaten, und wie auch immer. Na dann, dürfen wir uns aufs Weihnachtsgeschäft freuen, was dann da wohl noch hinter nachkommt. Das waren meine News für den heutigen Freitag. Ich bedanke mich vielmals fürs Reinhören. Es hat mir Spass gemacht, euch die Woche zu begleiten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder reinschaltet. Dann ist der Achim wieder für euch da. Und ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Somit bleibt es mir, euch noch einen schönen und erfolgreichen Freitag zu wünschen. Und vor allem, bald schon ein tolles und erholsames Wochenende. Und wer arbeiten darf, herzlichen Dank, dass du für uns arbeitest am Wochenende. Tschüss, euer Pogipsi. Hört mehr Geek Talk.